All right, let's go to this fucking event, man! Yeah, baby! Hi, meine Lieben! Ich hoffe, ihr hattet genau so ein geiles Nieuws, wie ich! Die Aufnahmen, die sie nun folgend sehen werden, sind noch im Vorjahr entstanden. Hast du wirklich deinen Ski-Anzug mitgebracht? Snowboard, wenn ich mitgebe. Ja, das ist geil, der kann sogar einen neuen Porsche anbieten. Und da haben wir noch einen anderen Mann. Tomatot. Meine Aufnahmen sind immer so in die Fresse. So, wir sind jetzt hier mit dabei, mit Rohan. So, was geht ab, Jungs! Das ist für heute eine Apologie, Apologie! Was ist mit Sidney and Willi los? Achso, die kommen nicht. Ich meine, warum schreiben die so viele Frauen dann auf dieser Plattform? Das ist nicht normal! Guck! Oh mein Gott, Digger! Das Erste! Das Erste! Sidney! Oh mein Gott! Er hat wirklich jede Frau angeschrieben. Hier, Willi! Commander Krieger in seinem natürlichen Habitat. Dieser Mann macht Fotografie auf absoluter Naturbasis mit einem Teleobjektiv, das bis zu 700 Meter in der Nähe filmt. Toll, komm her! Äh, ich filme gerade einen Dokumentar... Es wird wirklich Zeit für Istanbul. Oh! Ich mach weiter mit meiner Dokumentation, wenn es in Ordnung ist. Und da drüben... Respekt an Krieger, dass er wirklich zu diesem Event mit einem Teleobjektiv kommt. Ah! 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 Unseren Schöpfer der Mode! Unseren Schöpfer der Mode! Hi! Hi! Was geht? Was geht? Erzähl was? Mir geht's gut, wie geht's dir, Bro? Mir geht's wunderbar. Wie viele Leute sind hier ungefähr da heute? Viele! Hm? Zu viele! Zu viele! Und wenn wir sagen zu viele, dann meine ich zum Beispiel diesen Typ hier. Den hätten sie wirklich nicht einladen brauchen. Wenn ich dich sehe, bin ich abgefuckt, Mann. Wir haben immer noch nicht gesprochen miteinander. Wir haben bald die erste Aufgabe zu zweit. Ja, aber der Termin wurde ja schon wieder verlegt. Wir gehen hier! Wen überfällst du nachher noch? Ach du Scheiße! Dieser junge Mann und ich haben ein Interview gemacht mit Joey Kelly. Das Interview ging ein bisschen in die Länge. Da waren einige Lebensweisheiten dabei von ihm. Wie ist zum Beispiel... Dass er gegen ein Pferd gewonnen hat. Das ging sein Pferd gegen ihn gemacht. Leute, ich hab diese Brille geschenkt bekommen. Seid ehrlich, gib mir so leichte Tinder-Schwindler-Wipe. Du gehst nach Hause? Ja, statistisch. Ey Dog, lass uns noch 2-3 Stunden warten. Unser... Wie heißt das Ding nochmal? Man-of-universe-Runner. Man-of-universe-Iron-Man. Iron-Man-Runner. Mark Eggers, heute mit der Mütze unterwegs. Wie kommst du zu dieser Style-Änderung? So, ich dachte winterlich. Ah ja, okay. Ich wollte nur zu gucken. Sergen, was hast du bekommen? Ich muss das anschauen. Ja, ich schaue es mir an. Ich weiß, dass das Geschenk von dir ist. Ja. Das Ding soll. Ich zeig jetzt so Schwanz. Ich zeig es einfach. Das war's. Ey, geil! Ich hab die in jeder Variation drauf. Hier geht nochmal ein dicker Kuss raus an Monte, der hier wirklich eine nice Bude organisiert hat zum Übernachten. In der ich nicht übernachte. Lexus ist ja nicht hier. Deswegen bretter ich jetzt mit Sascha und der Snitch nach Hause. Guys, I never... I've never seen something like that. Is it even real, bruv? Does the navigation says 7 words? So, ihr Motherfucker. Dieser Typ hat 610 Kilometer durchgehustelt innerhalb von 420. Nein, 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 nein. Darauf wird später noch der eine oder andere A-Jubit gerollt. Da könnt ihr euch sicher sein, meine allergeilten. So, und damit sag ich ganz kurz. Ich bin aber auf der Rückweg. Wenn die Kofferumblem zu machte keinen Stress. Kofferumblem echt zu. Digga, für mich geht's jetzt gleich ab in die Zone. Oh, ne! Da mach ich mir gar keinen Stress, dass er jetzt noch weiterfährt. Sonst bedenkt, wie ist das? Ich bin so hoch, Sascha. Lachen. 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 Sonst bedenkt, Sascha. Lachen. Was machst du für den Video? Lachen. 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 Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, der FLOG bis dato hat Ihnen gut gefallen. Als nächstes hat mich Tim gebeten, doch mal unsere gemeinsame Fitness-App etwas genauer vorzustellen. Deswegen habe ich ein kurzes Home-Irkout gemacht und danach gibt es noch einen kleinen, aber feinen Real-Talk. Viel Spaß. Super, dass ihr da seid, denn es geht los, mein Home-Workout. Bist du schon durch, oder was? Ich dachte, wir sind hier beim Schlafprogramm. Neues Studio hier, oder was? Von wo hast du den Boden geholt? Der riecht richtig neu. Äh, okay. Trainer, welche Übung? Du machst jetzt die MCI-App auf. MCI-App, lass mich kurz gucken. Da ist jetzt hier die Typewriter-Push-Up-Übung. Die sieht mir sehr komplex aus, die skippen wir mal, oder? Ich gehe mal von links nach rechts, ne? So. Ah, Trainer! Boah, ich habe übelst Durst. Mal bitte ein bisschen Konzentration, Trainer. Also ich kann wirklich, wenn sie so unseriös hier unterwegs sind, geht es nicht bei mir. Also nochmal, ja? Also die, wo man von links nach rechts geht, ne? Ah, damit hätten wir zwei Sätze, oder? Ähm, Trainer, ich würde mich mal eben ganz kurz hier hinsetzen. Wenn das für sie passt. Ja, als nächstes haben wir hier die Spider-Man-Push-Ups. Die sehen mir ziemlich... Mhm. Okay, wenn Sie irgendwas sehen, Trainer, wo die Ausführung nicht passt, bitte direkt Bescheidsage. Ja, alles klar. Die gehen gut rein. Die habe ich im linken Hoden gespürt. Trainer, gute Einheit heute, ne? Die MCI hat jetzt sozusagen auch diese Home-Workout-Funktion, oder wie? Richtig, ja. Die ist neu dazu gekommen. Vielleicht mal von der anderen Perspektive, damit du auch von hinten siehst, ob die Ausführung optimal ist. Trainer, Feedback! Trainer, Trainer, Feedback! Doch, jetzt spüre ich es aber. Jetzt sind beide Hoden gleichmäßig. Das baut es so zyklenweise auf und weiß, in dem Zeitraum gehst du einmal voll rein und dann kommt eine Deload-Woche, oder wie? Ja, aber das sagst, bitte kein... Ja, die, warum ist diese App so smart? Aber sag mir jetzt bitte nicht, dass ich während der Übung, wenn ich die mache und die App bemerkt, da wäre noch mehr gegangen, dass sie mir dann die Wiederholungszahl anpasst oder das Gewicht. Entschuldigung. Hör auf. Das kann nicht sein! Trainer, Trainer! Trainer, ich heb ab! Letzte Übung sind sogenannte Plank-to-Push-up. Und jetzt gehen wir von der Plank in die Liegestütze. Trainer, spüle gar nichts! Trainer, das ist ja einfach! Oh, Trainer, jetzt spüle doch was! Das ist ja eine dämliche Übung. Das muss ja von außen so unfassbar dumm aussehen. Naja, zum Glück ist es ja ein Home-Workout, ja! Yeah! 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 Oh ja. Oh ja, und das nur in einem Training, die Transformation. Hast du vorher ein Bild von mir gemacht? Damit wir jetzt gleich kurz einbleiben können, wie es nachher aussieht. Nach dieser kleinen, sehr, sehr geilen Trainingseinheit, ich hoffe, ihr konntet von der Trainingseinheit einiges mitnehmen. Kommt jetzt hier nochmal ein kurzer Real Talk. Letztes Jahr war ein krasses Jahr. Ich glaube, für viele von euch war es auch ein krasses Jahr. Man hat viel, ich glaube, viel Schmerz gespürt so. Viel Negativ-Erfahrungen auch mal mitgemacht. Ich glaube, ganz viele da draußen hatten auch mit ihrer Psyche ein bisschen zu kämpfen. Ich war ja da auch nicht ausgenommen von. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass man an sowas wächst. Dass man mit sowas stärker wird. Und ich hoffe, dass viele von euch da letztes Jahr krass was mitnehmen konnten. Deswegen wollte ich mich einfach mal bedanken für euren Support unter den Videos und für alles, was ich gemacht habe so im letzten Jahr. Das war wirklich krass. Ehrlich, vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich auch geschäftlich. Da gibt es immer noch super viele Sachen, die mich plagen, die mich unzufrieden machen geschäftlich. Aber so ist es einfach bei einem Aufbau von einer großen Firma, glaube ich. Aber auch da, wachstumstechnisch, sind wir da krass vorangekommen. Und es wäre ohne eure Hilfe nicht möglich gewesen. Deswegen auch da ein dickes, fettes Dankeschön für dieses krasse Jahr 2023. Ja, auch letztes Jahr MCI gelauncht. Dieses Jahr gehen wir da voll rein. Ich habe jetzt natürlich hier gerade so ein bisschen Spaß-Workout gemacht. Aber MCI ist wirklich auch ein Projekt, da haben wir richtig, richtig viel Geld reingesteckt. Und auch unfassbar viel Zeit und Hirnschmalz von ganz, ganz vielen krassen Leuten. Das ist die App von Tim und mir. Wir machen das wieder zusammen. Ihr wisst, Tim und ich sind seit fast zehn Jahren Geschäftspartner. Wir haben uns darauf committet zu sagen, ey, wir nehmen unser Cash nicht und badern das alles raus. Und wir wollen einfach krasse Projekte machen. Für alle von euch, die Bock haben, ins neue Jahr zu starten mit Sport oder einfach mal das auszuprobieren oder uns zu supporten, ladet euch auf jeden Fall mal die App runter. Ich habe sie euch in der Videobeschreibung verlinkt. Mit dem Code LATZO kriegt ihr 50% aktuell im Januar. Macht einfach mal das Onboarding. Könnt ihr sieben Tage lang kostenlos testen auch, wenn ihr wollt. Wir würden uns einfach freuen. Wir haben da wirklich super viel Arbeit reingesteckt. Schaut es euch einfach mal an. Das ist eine geile Sache. Leute, unterm Strich, ich wollte einfach nur mal kurz Danke sagen für letztes Jahr. Ich hatte zwar bisher noch keinen geilen Start ins Jahr. Es ist alles sehr schleppend bei mir gerade. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt mein Bestes geben. Ich wünsche euch alles Gute, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und wir sehen uns beim nächsten FLG. Und wer jetzt denn zuschlägt?